Musik Hi Facebook! Ja! So, das ist hier unser schöner Poldi, ne? Ich habe heute ein Fan-Style gemacht für Disziplin Reiten. Das ist auch eine von den Olympischen Sommerspielen und genau deswegen habe ich sie mir heute rausgepickt. Da findest du eine tolle Frisur, die auch gut aussieht, wenn du den Hut noch abnimmst. Wirklich, es sind zwei, drei kleine Tricks, die musst du aber beherrschen. Deswegen schau dir einfach das Tutorial dazu an und ja, dann kannst du es ganz leicht nachstylen. Teil 1, Teil 2 und Teil 3, ganz wichtig. So, also das findest du auf meinem YouTube-Kanal BunSport. Also komm vorbei und Poldi und ich warten so lange auf dich. Ah!